Hallo und herzlich willkommen meine lieben XCOM Enemy Within Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir starten heute mit einem Blick ins Lazarett. Den guten Nanyan hat's wieder mal erwischt. Leider. Fünf Tage muss er sich nun mit Markus, aber den sehe ich gar nicht hier. Stattdessen hat er sich hier wohl doch eine der netten Schwestern geangelt, um ein bisschen trimdicht zu machen. Naja, wollen wir ihn nicht stören dabei. Alles klar. Ja, die Terror- bzw. das Fischerdorf mit übersät von Grisaliden, das war eine echte Herausforderung. Und eigentlich müssten wir doch jetzt jede Menge Grisaliden-Leichen haben, um eventuell mal was bauen zu können. Zum Beispiel den Schittin-Panzer. Der brauchte doch, glaube ich, sowas. Mal gucken. Ja, äh, vier Grisaliden-Leichen. Ja, wieso? Kann ich die jetzt doch nicht herstellen? Jetzt musst du doch mal gucken. Nee. Ja, aber wieso haben wir nur vier Grisaliden-Leichen? Wir haben 20 Aliens getötet. Und davon waren garantiert mindestens 15 Grisaliden. Und die hatte mir gar nicht hier gerechnet. Das finde ich aber überhaupt gar nicht schön von dir. Und die Panik sollte reduziert werden. Schauen wir uns auch mal an. Satelliten-Kontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Ich kann da leider gar nichts sehen. Es sei denn, es war ja, ich glaube, Kanada. Äh, hier ist Kanada. Und das ist natürlich jetzt auf 1. Das ist richtig. Ich weiß aber nicht mehr, ob es vorher höher war. Dann kann das natürlich stimmen. Aber ich dachte, das würde weltweit gelten. Aber wahrscheinlich dann nur in Kanada. Naja, gut. Wir haben noch einen Satelliten im Lager. Den können wir in Kürze auf Südarmee Afrika schicken. Damit wir uns diesen Kontinent-Bonus vor dem nächsten Ratsbericht noch sichern können. Und ja, weitere sind in Bau. Früher kannten wir nur fliegende Untertassen. Die Aliens haben sich seitdem schwer ins Zeug gelegt. Ja, Brettford. Das waren noch Zeiten, als die Untertassen fliegen konnten. Die sind aber schon lange vorbei. Ja, wie sieht es denn hier aus? Strahlenwaffen sind in zwei Tagen fertig. Das Kraftwerk, was wir dringend brauchen, ebenfalls die nächsten Satelliten in 14 Tagen. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz hier bei den Einrichtungen. Wir wollten, beziehungsweise bauen hier jetzt gerade ein Kraftwerk hin, was uns in zwei Tagen sechs zusätzlich Energie liefert. Wir haben also im Moment 43. Kommen sechs dazu, sind 49. Für ein Satellitenkontrollzentrum benötigen wir fünf Energie. Okay. Und hier wollten wir ja eventuell ein Genlabor hinbauen. Das benötigt drei Energie. Die genau hätten wir noch. Und 50 Ocken, die hätten wir auch noch. Dann machen wir folgendes. Wir beginnen mal mit dem Genlabor hier. Dauert auch wieder zehn Tage. Aber das machen wir noch. So. Und sobald das hier fertig ist, können wir das Satellitenkontrollzentrum bauen. Dann ist das hier schon mal im Gange und braucht nicht extra noch zu warten. Gut. Ja. Im Großen und Ganzen. Die Gießerei hat auch nichts Neues. Wir warten eigentlich dann nur noch auf unsere Strahlenwaffen. Insoweit. Mein nächster Gang. Gehen wir in die Einsatzzentrale und scannen Runde. Ah. Direkt eine Entführung. Schade. Und das noch bevor wir die Strahlenwaffen kriegen. Na gut. Kommander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlop markiert. Okay. Australien. Vier Ingenieure. Schwierigmäßig, aber panikmäßig so gut wie gar nichts. Okay. Mexiko. Ja. Sehr schwer. Wir würden einen Käpt'n als Scharfschützen direkt bekommen. Hm. Ja. Klingt gar nicht schlecht. Und er hier. Großbritannien. Da gibt es 200 Geld. Hm. Großbritannien. Hm. Mexiko. Jetzt muss ich mal gucken. Augenblick. Lagezentrum. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Mexiko. Ja. Mexiko. Das wäre natürlich gut hier. Luft- und Weltraumbonus. Und dieser Kontinent, wenn man den noch kriegen würde, USA und Kanada, ist eigentlich sehr gut dabei. Und Mexiko bringt aber nur 50. Während Großbritannien gleich mal das Doppelte bringt. Ja. Ja. Ich denke, Großbritannien könnte interessanter sein. Ist auch sehr schwer. Aber wir würden immerhin die Panik senken und bekämen gutes Geld. Und das fände ich eigentlich im Gegensatz zu vier weiteren Ingenieuren, die wir im Moment nicht brauchen. Oder einen neuen Rekruten, Scharfschützen. Ja. Nö. Ich glaube, wir gehen nach Großbritannien. Das halte ich für sinnvoller. So. Dann machen wir erst mal hier alle weg. Und fangen an. Ja. Nanjan. Leider musst du und Markus. Alle beide. Das finde ich natürlich echt toll. Meine beiden Mitstreiter. Die paar wenigen, die es ja gucken. Aber ich mache es ja wirklich hauptsächlich, weil ich es wirklich gerne spiele. Aber es tut mir leid. Ihr müsst leider diesmal zu Hause bleiben. Ja. Was könnte man machen? Dann nehmen wir auf jeden Fall ihn mit. Und ja. Unsere beiden Scharfschützen fände ich sehr gut. Es ist ja eine Entführung. Es könnte also sein, dass wir draußen sind. Ich möchte euch auf jeden Fall noch ein bisschen aufleveln. Deswegen seid ihr alle beide dabei. So. Dann brauchen wir natürlich irgendwas Unterstützermäßiges. Hm. Die gute Turner. Ich glaube, du warst schon mal dabei. Genau. Du hast wenigstens einen Kill, aber sonst noch keine Fähigkeiten. Außer Rauchgranate. Das ist natürlich nicht so schön. Aber was wollen wir machen, ne? So. Dann nehmen wir mit. Zusätzlich. Hm. Wie wäre es mit zwei Stürmern? Oder noch einen schweren? Oder noch einen schweren? Ja. Hm. Also Heinrich kommt auf jeden Fall mit. Und zwei Scharfschützen, Unterstützer. Ja. Vielleicht doch noch ein Stürmer. Hector. Hector. Du kommst auch mit. Gut. Dann Gegenstände abgeben. Und dann gucken wir mal. Was hast du für Fähigkeiten? Du hast sogar Überlebenswille. Ermöglicht Transport von zwei Granaten. Oh. Okay. Echt guter Boden. Hm. Das sieht nicht schlecht aus. Ich könnte dir natürlich eventuell noch ein Medikit, aber wir haben nur eins. Das nützt alles nichts. Nein, das muss so gehen. Du auch. Du brauchst auf jeden Fall erstmal eine Schalenrüstung. Pistole. Und auf jeden Fall solltest du ein Medikit mitnehmen. Ich kann leider nur eins mitnehmen. Und dann fände ich gut, wenn du einen Scope mitnimmst. Heinrich, was machen wir mit dir? Hm. Schalenrüstung hast du an. Pistole, Pulsbogen. Zielsicherheit, ja, Pulsbogen zum Fangen oder lieber ein Scope. Damit du wirklich auch triffst. Naja. Ach, wir lassen das mal hier mit dem Pulsbogen. Das finde ich in Ordnung. Und du hier, Hector. Naja, vielleicht machen wir es andersrum. Das wäre vielleicht doch sinnvoller, wenn du hier statt dem Pulsbogen das Scope bekommst. Und du bist ja noch ein relativ ungeschriebenes Blatt. Bekommst du natürlich auf jeden Fall die Schalenrüstung. Ist klar. Und dann nimmst du jetzt den Pulsbogen mit. So. Alles klar. Zwei Stürmer, einen Unterstützer, zwei Scharfschützen, einen schweren. Ich wünsche euch viel Glück. Wir landen. Nächstes Ziel, Vereinigtes Königreich. Panik breitet sich in einer Großstadt aus, während die Aliens durch ihre Straßen ziehen. Wir müssen diese Situation in den Griff kriegen. Wir geben unser bestes Brett fort. Entführungen sind im Gange und so weiter. Schalten sie, finden sie. Wenn du keine Gegner in Sichtweite hast, überleg dir, ob du dich mit Feldposten vor einem Hinterhalt schützen willst. Tja, das machen wir doch immer. Das sieht wieder nach Straßenschlauch aus. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Okay. Tja, schön geradeaus. Viel Deckung scheint es hier nicht zu geben, außer natürlich ein paar Autos. Aber, naja, wir müssen das Beste draus machen. Dieses Mal ist es eigentlich egal, wobei die beiden Scharfschützen lassen wir natürlich hinten stehen und beginnen ähnlich wie sonst mit Nanyan, diesmal mit Elisabeth. Jo, mhm. Da stehst du gut. Okay, bleibst du erst mal stehen. Hector, mhm, kann nicht sehr weit laufen. Die Frage ist, wenn ich dich schon mal hier hinspurten lasse, hier ist ja an der Seite ist ja wahrscheinlich nichts. Das könntest du mit Sturm und Schuss machen. Da könntest du hier hinlaufen und schon geht's los. Und gleich drei Stück von euch. Alter Schwede. Na, Gott sei Dank habe ich Sturm und Schuss gemacht. Hm, 62, 78, 78, echt? 78? Uh, 78, fünf Schaden. Dann würdest du von dannen fliegen. Klingt nicht schlecht. Könnte klappen. Aber, wir warten da erst mal ab. Was haben wir denn sonst noch so in petto? Du siehst ihn auch. Ja, alle drei mit 60. Du siehst ihn auch. Du kannst ja sogar, glaube ich, zweimal schießen, wenn ich das richtig sehe. Ja, Kugelhage. Du könntest zweimal schießen. Siehst aber nur ihn mit 67. Okay. Unsere Scharfschützen. 74. Er sieht sogar auch was von hier. Das ist ja echt der Wahnsinn. Tja, das sieht alles sehr, 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 sehr gut aus. Mit wem fangen wir denn an? Irgendeiner war dabei, der eh nur einen sieht. Und das war hier unser guter Kong. Deswegen fängst du mal an, dich mit ihm hier zu beschäftigen. Eine andere Variante, das könnte man auch noch ausprobieren, wäre eine Schredderrakete. Aber die kommt nicht doch. Warte mal, Moment. Wo käme sie soweit? Könnte ich sie alle drei irgendwie normalerweise Was ist das hier nur wieder? Ich kann das nicht richtig einstellen. Das ist doch wieder richtig durch. Ich weiß doch, dass ich hier hinkomme. Gibt's doch gar nicht. So fände ich's gut. Aber wir kommen nicht runter damit. Doch so. Das ist eine Einstellerei hier. Komme ich nicht weiter darüber. Ist schlecht. Ist sehr schlecht. Gut. Dann würde ich vorschlagen, bleibst du bei dem Ersten hier und versuchst möglicherweise mit zwei Schüssen dein Glück. Mach's. Bumm. Ja, manchmal ist das doch toll. Leider kannst du jetzt nichts weiter tun. Außer du gehst da direkt auf Feldposten fürs nächste Mal. denn wenn ich dich jetzt bewegen würde. Wenn ich dich jetzt bewegen würde, würde das nichts bringen. So, jetzt nehmen wir mal unseren ersten Scharfschützen und gucken mal, mit 74 Präzisionsschuss gleicht mit 65 kritisch. Das ist eigentlich egal, sind beide mit 74 dabei. Das sieht nicht schlecht aus. Jetzt gucken wir noch mal den anderen Scharfschützen. Wie sieht's da aus? 78, 78. Das ist eigentlich insoweit egal. Dann können wir auch dich nehmen, fangen da hinten mit dem hinteren an und setzen hier auch einen mit 65 und good luck. Jawoll. Ganz hervorragend. Und dann nehmen wir noch den anderen Scharfschützen. Wollen wir mal gucken, ob der auch so gut treffen kann. Und los geht's. Ach, ist das schön. Sehr, sehr schön. Ja gut, dann bleibst du hier auf jeden Fall erstmal im Feldposten sitzen. Und du, mein lieber weiterer Stürmer, wie wär's, wenn ich dich hier drüben hinstelle? Selbe Höhe, aber jetzt eine volle Deckung wenigstens. Nee, nee, geh mal hier hin. Komm. Ja, dich kann ich da stehen lassen. Und gehst mit der Pistole auch auf Feldposten. Ah, nichts weitergetan. Das ist gut. Ja. Dann darfst du mal ein Stückchen vorgehen. Da hin. Elisabeth? Du gehst hier hin. Ah, die nächsten. Wieder zwei Schweber und ein Mild. Okay. 61,60. Gibt schlechteres. Sagen wir es mal so. Was wäre mit dir? Du siehst nichts. Könntest du aber. Eventuell. Fangen wir mal mit einer Granate an. Ja, ginge. Dann wäre das Auto erstmal, aber finde ich jetzt auch nicht so gut. Wie sieht's hiermit aus? Ja, das ginge. Du kannst dich nicht in der Kleine und diese Waffe abfeuern. Ach so. Ah. Ich bin immer noch in der gleichen Runde. Wieso das? Ach so, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Mhm. Ja, dann könnte ich maximal mit dir eine Granate schmeißen. Das wäre aber jetzt nicht so gut. Aber ihr seid ja auch noch dran hier hinten. Und ihr seht alle beide was. Einmal 78, einmal 78. Das ist schon mal hervorragend. Und du 74, 74. Gut. Dann wäre mein Vorschlag, ihn hier zu nehmen und zu versuchen, ob wir ihn hier killen können. Das wäre zum Beispiel schön. Präzisionsschuss haben wir jetzt nicht mehr, aber immerhin 78. Komm, probier dein Glück. Ja, aber nur drei. Schade, 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 schade. Ja, okay. Dann wäre, ja, sieh noch mal dran, mit 74. Und dem verkrüppelten Schuss. der hat aber nur 64 Treffer-Chance. Verursacht ein Schaden, lässt die Hauptwaffe ausfallen. Ja. Wenn ich ja wüsste, ob der wirklich trifft. Hm. dann, naja. Ich glaube, dann wäre der mit dem Feuer doch besser. Komm, probier dein Glück. 74 ist doch nicht schlecht. Komm. Ja, voll, ich wusste doch, das klappt. Natürlich. Außerdem, du brauchst dringend Beförderung. So, jetzt haben wir nur noch den einen hier erstmal. Mit Elisabeth. Könnten was probieren. Warum nicht? Wenn du triffst, dann ist gut. der nicht. Naja, okay, daneben. Schlecht. Ja, mit dir können wir nichts mehr machen, aber mit dir könnten wir was machen. Die Frage ist, ich könnte eine Granate nehmen, ich könnte dich fangen. Ne, fangen kann ich dich wieder nicht. Fangen kann ich dich wieder nicht. Hm. 50, das ist zu wenig. Wenn ich dich hier hinstelle oder hier, der steht ohnehin nur in halber Deckung. Komm, geh mal dahin. Ja, dann haben wir doch schon mal 76, allerdings nur mit der Pistole, das wollen wir natürlich nicht. Da haben wir dann schon 86. Das klingt super. Mach ihn. wie ist der Roms. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Dann darfst du jetzt hier neben ihn und gehst da auf Feldposten. So, du kannst noch ein Stückchen weiter gehen. Okay. Ihr zwei, ihr seid richtig gut hier unten. Jetzt würde ich mal was probieren wollen. Mit Elisabeth hier drüben hin. Wir haben noch drei Runden Zeit. Naja, vielleicht dann doch lieber hier hin. Da kannst du auf jeden Fall noch weg, wenn es nötig ist. Geh mal da rüber, komm. Da ist keiner. Das ist schön. Dann wäre das clever. Ich glaube, hier ist besser. So, dann sehen wir dich schon mal nicht mehr. Jetzt könnten wir mal die beiden Schafschützen mal ein Stückchen nach vorne laufen lassen. Das fände ich gut. Aber eigentlich fände ich es erst mal gut, wenn ihr euch hier hinstellt und dort auf jeden Fall mal eine Runde nachladen. Was ist mit dir? Dich würde ich auch gerne daneben stellen und auch eine Runde nachladen. Ihr beiden. Ja. Eigentlich kannst du mal hier rüber gehen. Und da bleibst du einfach mal stehen auf Feldposten. Du darfst dahin gehen. Gehst hier auch auf eine Runde nachladen. Und du bleibst da auch stehen. Oder so. Naja. Bringt's eigentlich nicht so. Nee. Ich würde sagen, du bleibst da stehen, machst nachladen. Und dann gucken wir, was passiert. Erstmal gar nichts. Das ist schon mal sehr vernünftig. nun könnten wir mit der guten Elisabeth ganz in Ruhe mal hier rüber gehen. Zur Meld. Dieses einsammeln. Das ist doch schon mal hervorragend. Jetzt müsste man nur mal gucken, wenn man wüsste, wie weit man jetzt nach oben gehen könnte. Theoretisch könnte man ein Stück gehen. Aber die Frage ist, wenn wir jetzt mit ihr weitergehen, dann decken wir hier drüben was auf und dann sehen wir das aber nicht. Auf gar keinen Fall mit unseren Schafschützen. Deswegen würde ich die Schafschützen gerne mal von da aus ist natürlich blöd. Aber was willst du machen? Die Schafschützen würde ich gerne mal hier hochspurten lassen. Du bist noch nicht dran und dich auch einfach daneben so, bleibt mal da stehen ihr zwei bis zum nächsten Mal. Dann können wir euch hier irgendwo in Deckung schicken. Mit ihm gehen wir mal hier hin. Da machen wir mal einen Feldposten. Kong stellen wir hier hin. Das ist auch gut. Da machen wir auch einen Feldposten. Und die stellen wir hier hin. Pistole Feldposten und sie bleibt da auch im Feldposten. mit dem Gewehr, weil du bist da ganz alleine auf der Seite. Ja, hab ich mir gedacht. Und da ist das andere Melt. Aha, das scheint hier irgendwo zu sein. Das heißt also darüber müssten wir uns orientieren. Das ist gut. Müssen wir einen Platz finden mit unseren Scharfschützen, dass sie gut darüber gucken können. Das wäre doch gar nicht so schlecht, wenn wir ja eigentlich wäre es schön hier an der Ecke. Das heißt, wenn wir dich hier ein Stückchen weiter bewegen, zum Beispiel mal hier hin. Ja, da ist noch nichts passiert. Unser Melt ist auch noch nicht in Sichtweite. Dann könntest du da erstmal auf dem Feld posten bleiben. Dann kommt unser Scharfschütze hier hin. So. Von der Höhe her könnte ich dich hier hinter das Auto stellen. Ja. War mal. Da ist der Nächste. Zwei dünne. Das ist gut. Alle Mann darüber. Okay. Du siehst hier noch nichts. Dann bleibst du aber trotzdem mal da stehen und machst da auf jeden Fall den Feld Posten. Du siehst einen. Mhm. mit 78. Der Einzige den du siehst. Das lassen wir uns mal durch den Kopf gehen. Was haben wir noch für Optionen? Heinrich. Heinrich könnte Sturm und Schuss machen und eine Granate schmeißen. Ja. Wie wäre es denn mit dir hier? Eine Schredderrakete. Jetzt könnten wir doch mal so einen Einsatz planen hier. Warum nicht? Ich weiß zwar jetzt nicht genau wo der andere ist. Das könnte man aber in Erfahrung bringen wenn wir einen laufen lassen von euch. Du nicht? Du siehst eh keinen. Dann könntest du mit Sturm und Schuss hier hoch laufen und mal gucken wo die genau stehen. Ah ja alles klar. Oder siehst du sogar einen? Ihn hier? Mit 86 guck an. Was sagt die Wumme? 50 das ist nicht viel. Also dann bleibt es dann wohl doch eher bei ihm hier. Könnten wir natürlich erledigen. Zweimal drauf schießen. Mehr kann ich mit dir eh nicht machen. Außer dass ich dich in Feldposten schicken könnte. Aber wenn wir ohnehin vorhaben da eventuell eine Schredder Rakete drauf zu jagen die aber wieder nicht weit genug fliegt. Ja. Das ist wirklich ganz schlimm hier mit dieser Anzeige. Ja. Ich würde das Auto treffen und würde ihn killen. Auf jeden Fall. Tja. Ich könnte dich natürlich auch noch mal ein Stückchen laufen lassen. Das gucken wir uns an. Wie sieht es mit dir aus? 50. Du hättest auch wieder Sturm und Schuss. Du hast auch eine Granate. Du könntest dich bis hier hin bewegen. Warum eigentlich nicht? Komm her. Was ist los? Moment. Ich habe eigentlich nur noch euch drei. Also ihn habe ich. Ihn habe ich. Was ist eigentlich mit der normalen Rakete? Die fliegt doch eigentlich weiter. Hm. Tja. Reicht auch nur bis hier hin. Das ist wirklich dumm. Dumm gelaufen. Tja. Dann nützt das alles nichts. Dann fangen wir mit dir an. Denn du bist die 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 hier auf jeden Fall was sieht. Und in dem Falle Feinrisiko Treffen ist angesagt. Genau. Sehr schön. Er könnte mit 86 90 kritisch. Auf geht's. Wies du funktioniert doch. Klasse klasse klasse. So Kong da ist das Bild. Jetzt sehe ich es. Weißt was Kong renn mal hier hoch. Ah schon wieder jede Menge von euch. Mann 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 Wie? Die können sofort schießen. Wie geht denn das? Oh gut ein bisschen Bild aus daneben. Eieiei. Jawohl. Nein. Au. Ah, das war jetzt wieder mal so eine Sache hier, ne? Hector, Hector, Hector. Du könntest Sturm und Schuss, warum nicht, ne? Sturm und Schuss ist gut. Ja, fangen ist nicht, aber Sturm und Schuss wäre gut. Von daher... Wenn ich dich hier hinstelle, wärst du schon mal gut dabei. So. Das heben wir uns mal auf. Wie sieht es denn so aus? Mit 66, 26, 70. 70, das ist schon ganz ordentlich, ne? Mit 70, okay. Ja. Scharfschützin. 78, 78. Da hinten, der ist sehr weit weg. Den solltest du, wenn es irgendwie machbar ist, da oben vom Himmel holen. Probiert ein Glück. Wow, 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 wow. Klasse, klasse, klasse. Wo ist denn unsere zweite Scharfschützin? Die sieht auch noch einen. Und zwar nur ihn mit 74. Dann dürftest du auch nochmal einen Präzisionsschuss machen. Komm, do your thing. Jawoll. Ach, ist das schön. So, jetzt haben wir noch euch vier, ne? Jo. Du siehst nichts. Ich könnte dich aber irgendwo hin in Position bringen, wo ich hoffe, dass du was sehen könntest. Weil ich nehme ja mal an, dass ich dich mit vier Leuten killen werde. Und deswegen stelle ich dich mal ein bisschen näher hier. Ah, Feldposten, genau. Feldposten, hab ich vergessen. Oh. Gut, gut, gut. Das ging ja nochmal gut. Feldposten, richtig. Naja, mit 40. Äh, 40. 40. Aber du könntest eine Rauchgranate schmeißen und möglicherweise unsere Leute ein bisschen schützen. Hm, wir warten mal nochmal ab mit dir. Was hätten wir denn noch? Wir hätten ihn hier. Du solltest auf jeden Fall mal geheilt werden. Das wäre auch nicht schlecht, ne? Du könntest auf jeden Fall Sturm und Schuss. Und hättest auch eine Granate. Dann machst du das mal. Komm her. Du gehst mit Sturm und Schuss hier hinter in volle Deckung. Und ich hab schon wieder vergessen, dass du die Granate nicht schmeißen kannst. Ah. Na gut. Aber 57 ist ja auch nicht schlecht. Nein, das ist, äh, das ist nicht gut. Dann wohl doch lieber die Pistole. Das macht dann mehr Sinn mit 57. Ja komm, dann probier's. Egal. Naja gut, ein. Äh. Nicht so prickelig. Hm. Wie sieht's mit dir aus? Mit 40. Naja. Ja, wir haben Heinrich. Der hat aber schon die Beförderung gekriegt. Wladimir. Du könntest doch mal was tun. Du hättest sogar zweimal schießen. Aber nur mit 52. Könntest du aber auch eine Splittergranate schmeißen. Ich will aber auf gar keinen Fall das Melk kaputt machen. Von daher. Ja, so wär glaub ich gut, ne? So wär gut. Probier's, komm. Granade. Und das ist Melk-Guns. Genau. So fände ich das gut. Wir haben es geschafft, Commander. Mission erfüllt. Jawohl. Klasse. Zehn Aliens. Mann, das war schon wieder ganz schön heftig. Aber zweimal Kanister. Und ich glaube, einen Verletzten haben wir. Das war wieder fast unvermeidbar. Außer ich wäre noch vorsichtiger nach vorne gegangen und die anderen alle im Feldbosten etc. Aber nee. Oh, guckt mal an. Vier Leute. Einer ist verwundet. Naja, okay. Vier Tage. Kann man aushalten. Dann schauen wir mal. Unsere Scharfschützen. Das habe ich mir doch gedacht. Der Scharfrichter bringt plus 10 Zielsicherheit gegen Ziele mit weniger als 50% Gesundheit. Hm. Du bist natürlich schon mit 98 sehr schön hoch. Ja. Und der hier? Opportunist entfernt die Zielverschlechterung beim Reflexschuss und ermöglicht ihm kritische Treffer. Ja. Das fände ich gut. Machen wir auch. Komm. So. Und dann haben wir noch einen Scharfschützen. Selbe Spiel. Du bist ohnehin schon mit vergrüppeltem Schuss dabei. Echt guter Boden. Scharfrichter. Mit weniger als 50% Sicherheit. Ja. Für einen sicheren Abschuss aus der Entfernung nochmal 10 oben drauf. Das bringt schon was, ne? Aber ich finde die Zielverschlechterung wegzunehmen beim Reflexschuss eigentlich die bessere Wahl. Deswegen bekommst du das auch. Unser Stürmer. Ja. Ausräuchern. Ne. Du bekommst auch Schnellfeuer. Zweimal schießen. Das ist super. Und noch ein Stürmer. Jawohl. Aggression oder Taktikverständnis. Mehr Verteidigung. Da du ja vorne relativ viel vornerum springst. Aber besser treffen. Mit höherer kritischer Wahrscheinlichkeit. Muss ich sagen. Finde ich trotzdem besser für einen Stürmer. Ja. Soweit. Wieder einiges Schönes erbeutet. 20 Meld dabei. Ja. Bin ganz zufrieden. Natürlich macht sich jetzt hier Panik breit. In ganz Nordeuropa. In ganz Asien. Aber in Großbritannien haben wir sie um zwei geschmächt. Und 200 Ocken. Denken Sie daran. Wir behalten Sie im Auge. Ja. Alles klar. Ich. Euch. Auch. In diesem Sinne. Mir hat es gefallen. War schön. Wie immer. Wenn es euch gefallen hat. Gebt mir gerne ein Like. Hinterlasst vielleicht ein Abo. Zur Unterstützung meines Kanals. Und dann wünsche ich euch. Einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.